Musik Willkommen zu Baureihenporträt Die Baureihe 1063 Zuerst zur Geschichte 1975 beschlossen die ÖBB, dass sie Leistungssteigerungen im ertragreichen Güterverkehr erzielen wollen Eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von 80 bzw. 100 kmh, dies erreichte dann ab 1063 006, wurde damals als ausreichend angesehen Es war viel wichtiger, die zeitintensive Zugbildung und auch die Auflösung dieser Züge zu beschleunigen Das war damals ein großes Manko der ÖBB Geeignete Loks dazu fehlten zu diesem Zeitpunkt allerdings noch Deshalb wurde die neue Drehstrom-Lok E1200 der Ruhrkohle AG von den ÖBB intensiv getestet Diese war dann somit die Mutter der Baureihe 1063 Und die ÖBB bestellten nun von der Baureihe 1063 zunächst fünf Stück bei Simmeringratz-Pauka Nachdem sich diese bewährt hatten, folgten zwei weitere Lieferserien Nämlich 006 bis 037 und 038 bis 050 Diese Bauserien haben jeweils kleine technische Unterschiede Der elektrische Teil der Lok wurde von BBC, Elin und Siemens gefertigt Mechanische Konstruktion Die Baureihe 1063 besitzt einen Mittelführerstand mit beidseitig in etwa gleich langen Vorbauten Führerstand und Vorbauten ruhen auf dem Hauptrahmen Die beiden zweiachsigen Drehgestelle in Holmbauweise stützen an vier Punkten die Lokbrücke ab Der recht geräumige Führerstand ist mit vier Führerstandspulten mit Rundumblick ausgestattet Elektrische Konstruktion Das kurze Dall trägt einen Einholm-Stromabnehmer Die Steuerung der Lok erfolgt durch Vorgabe der Zug- bzw. Bremskraft Als Antrieb dient ein einseitiger Taz-Lagerantrieb, also Einachsantrieb mit schräg verzahntem Getriebe Alle Loks besitzen eine E-Bremse, eine automatische Druckluftbremse und eine Federspeicherbremse Die 1063001 bis 037 sind außerdem zweisystemfähig und können daher auch unter Wechselstrom eingesetzt werden Lackierung Die 1063001 bis 037 wurden blutorange lackiert, die restlichen 13 Stück Verkehrsrot mit weißen Warnflächen an den Fronten und einem weißen Streifen am Rahmen Seit 2005 werden die Lokomotiven bei Hauptuntersuchungen Verkehrsrot mit dem neuen ÖBB-Logo lackiert Jedoch ohne Warnflächen oder Streifen Modernisierung Seit 2018 werden die Lokomotiven der Baureihe 1063 erneuert Auch ein Betrieb ohne Oberleitung soll in Zukunft möglich sein Außerdem wurden zwei dieser Lokomotiven zu Testzwecken umgebaut Und zwar die Lok 1063039 Diese wurde als Erprobungsmuster mit Batterien und Supercarb-Speichler für fahrdrahtlose Streckenabschnitte ausgerüstet Inzwischen wurde die Lok allerdings wieder zurückgebaut Lok 1063038 erhielt eine kombinierte Elektrolyse-Brennstoffzelleneinheit Beide Loks wurden mit Erfolg im Alltagsbetrieb erprobt Somit sieht man, dass diese teilweise fast 40 Jahre alten Lokomotiven Weiterhin eine Zukunft haben und wohl noch länger auf österreichischen Gleisen zu sehen sein werden Das war's mit diesem Baureihenportrait Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche